Wir müssen noch eins durchtrennen. Oh, fuck. Ich weiß nicht welches. Konnichiwa, ihr lieben Ninjas und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Keep Talking and Nobody Explodes, zusammen mit I4 und MGMOS mit. Hallo. Guten Tag. Und wir sind zuletzt bei der Bombe The Knob hängen geblieben. Niddy Knob needs the most attention. Haben wir festgestellt, dass das wirklich stimmt? Ja. 5 Minuten, 6 Module, 1 Strike. Let's start. The screen is for your eyes only. Ei, ei, ei. Komm, das fangen wir jetzt. Was haben wir denn hier Schönes? Schwierige Kabel, fangen wir damit an. Weißes Kabel, nicht leuchtende LED, Stern. Durchstern. Müsste es ein C sein. Durchtrenne das Kabel. Okay, passt. Rotes Kabel, Stern, nicht leuchtende LED. Müsste auch durchtrennen sein. Passt. Ähm, schwarze, also keine LED, rot-blaues Kabel, Stern. Fernsehmbol hat's, gell? Ja. Aber kein Licht. Kein Licht. Hat die Bombe einen parallelen Port? Äh, äh, nein. Nicht durchtrennen. Okay. Dann, ähm. Ist der Klopf schon angesprungen? Nein, noch nicht. Ähm, rotes Kabel, LED, kein Stern. Durchtrennen Sie das Kabel, wenn die Bombe zwei oder mehr Batterien hat. Äh, da ist eine. Äh, da ist eine. Zwei, also durchtrennen. Ja. Dann, dasselbe wieder vor, dann müssen wir das letzte noch durchtrennen. Ja, passt. Okay. Das Ding ist angesprungen. Okay. Nicht leuchtend, zwei leuchtend, zwei nicht leuchtend, fünf leuchtend, eins nicht leuchtend, eins leuchtend. Hä? Okay. Nochmal. Eins nicht leuchtend. Zwei leuchtend, zwei nicht leuchtend, fünf leuchtend, eins nicht leuchtend, eins leuchtend. Zwei nicht leuchtend, eins leuchtend. Nein, umgekehrt. Ah, ah, bumm. Der Ding war frei, gerade links. Ja, ist schon bumm. Ich habe es auf links gestellt, hat aber nicht funktioniert. Kann es sein, dass die Angabe unten nicht stimmt, dass X eine leuchtende LED ist? Was? Was, X eine leuchtende LED? Ach. X ist leuchtend, ja. Ja, okay. MDR 2, oder was? Oh, ja. Okay, Bombe erneut, Freunde. Komm, jetzt kriegen wir es aber. Sorry. Okay, da haben wir wieder Kabel. Leuchtende LED, rotes Kabel, Stern. Durchtrennen Sie das Kabel, wenn die Bombe zwei oder mehr Batterien hat? Äh, nein. Alles klar. Leuchtende LED, rot-blaues Kabel, Stern. Oh Gott. Stefan, nein. Nee, du kannst den Fresh nehmen. Mit Stern? Ja, mit Stern. Durchtrennen Sie das Kabel, wenn die letzte Ziffer der Seriennummer gerade ist. Ja, ist gerade. Ich gehe durchtrennen. Ist explodiert. Geisse! Okay, dann haben wir schon einmal MG, einmal ich. Gut. Gut. Ich darf einmal Fresh verkacken. Bitte Morsicles. Nein. Okay, wir haben wieder so nette Kabel. Leuchtende LED, blaues Kabel, Stern. Nicht durchtrennen. Okay. Ähm, keine Leuchtende LED, rot-blaues Kabel, Stern. Ich bin vertan. MG, guck du nochmal das erste nach. Das erste war wahrscheinlich ein P. Ja, das ist auch ein P. Du trennst die das Kabel, wenn die Bombe einen parallelen Port besitzt. Hat, ja. Okay, passt. Eine Karte. Ähm, keine LED, rot-blaues Kabel, Stern. Rot-blau. Kein Stern oder Stern? Stern. Stern. Das ist ein D, oder? Du trennst die das Kabel nicht. Äh, ja. Puh. Nächste. Keine LED, rotes Kabel, Stern. Keine LED, rotes Kabel, Stern. Das kann C sein, oder? Rot und Stern. Link oben ist das. Ja, 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 Karten. Das Ding ist angesprungen. Okay. Zwei LEDs leuchten nicht, eine leuchtet, eine leuchtet nicht, sechs leuchten, eine leuchtet nicht, eine leuchtet. Zwei, eins, eins, sechs, eins, eins. Eins. Oben, Position. Äh, sag nochmal an. Zwei, eins, eins, zwei, äh, eins, sechs, eins, eins. Hä? Was sagst du? Position oben. Position oben, dann lass ich die einfach so. Okay, hat funktioniert. Nächste Kabel. Kabel, äh, keine LED, blaues Kabel, Stern. Kabel, Stern. B. Was? B. B. Also nicht durchtrennen. Blaues Kabel und Stern, oder? Nicht durchtrennen. Okay, weißes Kabel, Stern, keine LED. Leuchtet wieder. Ähm, vier leuchten nicht. Eins leuchtet, eins leuchtet nicht. Eins leuchtet, zwei leuchten nicht. Drei leuchten. Links. Ja. Alles klar. Ähm, weißes Kabel, keine LED, Stern. Äh, keine LED, Stern. Dann müsste es nur Stern sein. Ja, ist es auch. Äh, ist C, äh, durchtrennen. Ja. Okay, dann das letzte auch durchtrennen. Wir müssen noch eins durchtrennen. Oh, fuck. Ich weiß nicht, welches. Wir haben noch... Ah, es leuchtet wieder. Ähm, vier leuchten nicht. Eins leuchtet, eins leuchtet nicht. Hä, jetzt ist es auf einmal wieder ausgegangen. Okay. Also, keine LED, blau-rotes Kabel, Stern. Okay, blau-rot. Wir schaffen das nicht, Freunde. Kein Stern? Äh, Stern. Stern. Dann ist es D. Ja, ich hab's einfach durchtrennt. Hat gepasst. Es leuchtet wieder. Eins leuchtet, eins nicht. Zwei leuchten, zwei nicht. Drei leuchten, eins nicht. Eins leuchtet, eins nicht. Na, guck mal. Eins leuchtet, eins nicht. Zwei leuchten, zwei nicht. Drei leuchten, eins nicht. Eins leuchtet, eins nicht. Ah, eins leuchtet, eins nicht. Oben passt. Ne, eins passt. Wir haben Zahlenfelder. Eine vier. Zahlenfelder. Ach so, wir erinnern. Eine vier, äh, vierte Position. Eine drei. Eine zwei. Oben war übrigens falsch. Jetzt ist sowas von explodiert. Oben war falsch. Ich komm irgendwie nie zurecht mit dem Scheißer. Es war, es war rechts, es war rechts. Oh. Egal, egal, egal. Dann setz ich halt durch. Nächste Runde. Nächstes Glück. Hoffen wir's. Ich weiß halt nicht, wie mir das Schema angezeigt wird. Hab ich jetzt gerade Probleme. Ah, das passt schon. Bei der nächsten schaffen wir's. Wir haben wieder Kabel von oben nach unten. Sonst mach ich die untere. Wir haben wieder Kabel von oben nach unten. Keine LED, weiß-rotes Kabel, kein Stern. Äh, LED. Keine LED. Ach so. Und kein Stern, weiß-rotes Kabel. Äh, okay. S. Äh, Seriennummer? Äh, ne fünf am Ende. Also ungerade, nicht Karten. Okay. Dann LED, weiß-rotes Kabel und Stern. LED, weiß? Was war's gesagt? Weiß-rotes Kabel. Weiß-rotes Kabel. Dann nur noch Rot und Stern und LED. Rot, Stern, LED. Rot, Stern, LED. Äh, scheiße, falsche Seite. Rot, Stern, LED. Das müsste ein P sein, äh, paralleler Port vorhanden? Äh, nein. Äh, war das Rot oder Blau? Rot. Das ist ein B, oder? Ja, ist ein B. Äh, zwei Batterien. Ja. Dann durchkarten. Okay, weißes Kabel, keine LED. Ähm, Stern. Es leuchtet, es leuchtet. Nur Stern, nur Stern. Okay. Eins leuchtet nicht. Äh, eins leuchtet, eins leuchtet nicht. Zwei leuchten, zwei leuchten nicht. Drei leuchten, eins leuchtet nicht. Eins leuchtet nicht. Rechte Position. Alles klar. Und karten. Passt. Dann blau-weißes Kabel, keine LED. Kein Stern. Also nur blau. S. Äh, Ziffer war ungerade. Ja, dann nicht karten. Okay. Äh, rot-weißes Kabel, keine LED. Stern. Es leuchtet wieder. Nee, es leuchtet gar nicht wieder. Sorry. Rot und Stern. Rot. Und Stern ist... D durchtrennen. Passt. Okay, das haben wir. Z- äh, erinnern. Okay, hau raus. Eine vier. Äh, vierte Position. Eine vier. Eine zwei. Äh, selbe Position wie in Stufe eins. Eine zwei. Es leuchtet wieder. Eins leuchtet, eins nicht. Zwei leuchten, zwei nicht. Drei leuchten, eins nicht. Eins leuchtet, eins nicht. Rechte Position. Okay, passt. Ähm, eine eins steht oben. Äh, in welcher Ding war man jetzt? In der dritten. Äh, 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 selbe Aufschrift wie in Stufe zwei. Drei. Dritte Position. Ähm, eine drei. Äh, so drücken Sie den in derselben Position wie in Stufe zwei. Vierte. Eine eins. Eine vier. So drücken Sie den, äh, Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe drei. Zwei. Okay, passt. Dann haben wir Bilder, Symbole. Symbole, okay. Smiley, umgedrehtes Fragezeichen, TB und sechs. Smiley, umgedrehtes Fragezeichen, TB und sechs. Sechs, TB, umgedrehtes Fragezeichen, Smiley. Alles klar. Es leuchtet wieder. Vier leuchten, eins nicht. Äh, nein, umgekehrt. Vier leuchten nicht, eins leuchtet, vier nicht, zwei leuchten, eins nicht. Linke Position. Alles klar. Dann haben wir noch mehr Symbole. Smiley, ähm, Q ausgefüllt, TB und so ein H umgedrehtes W und irgendwas. Dreieck. H, M, Dreieck. Smiley, Q ausgefüllt, TB. Äh, Q ausgefüllt, TB. Aha. Dann H mit Dreieck und Smiley. Dann haben wir Kabel. Ähm, drei weiße, ein schwarzes. Das sind vier, oder? Äh. Das letzte rot? Nein. Äh, ein blaues? Nein. Äh, mehr als ein gelbes? Nein. Zweite durchtrennen. Bäm, geschafft. Zehn Sekunden. Oh, ich bin's jetzt wirklich nur überflogen, ohne Scheiß. Oh, ich dachte, sag endlich was, sag endlich was, sag endlich was. Und Eifi so, ich glaube es ist. Und er sagt aber nix. Oh, ich bin wirklich sicherheitshalber, alles mit dir, du. Ja, ich war die ganze Zeit am letzten Punkt, aber dennoch habe ich auch noch abgewartet. Aha. Ich dachte so zehn Sekunden, kacke, kacke, sag was. Und sag einfach nächstes Mal, wenn zehn Sekunden ist, sag trotzdem zehn Sekunden, weil... Ja, ja. Ja, das... Wenn's zu knapp ist. Wenn's zu knapp ist, genau. Multitasker kommt als nächstes. Ein extra arm would really help you. Fünf Minuten, sechs Medule, ein Strike. Wow. Geil. The Screen is for your eyes only. Ja, schön für dich. Mi, 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 mi. Solange Fresh nicht wieder Konfetti spielt, ist alles in Ordnung. So, wir haben fünf, ähm, Dings. Hier gibt ein Vent Gas. Was heißt Vent Gas, yes and not? Äh, what? Vent Gas. Ja. Ach, ich weiß was das ist. Uno momento, ich lese es dir vor, was dort steht, wenn ich's finde. Äh, beantragend. Abwarten Sie die Computer-Aufforderung durch Drücken von Ja, äh, J für Ja und N für Nein. Ja. Mehr musst du nicht machen. Also wenn er dich was fragt, Ja oder Nein drücken. Und was heißt Vent Gas? Nein. Aus, nee, ja, bitte nein. Venting Prevents Explosion, okay. Jetzt. Aber noch was anderes. Jetzt ist es explodiert, da stand wieder Vent Gas. Ich dachte, ich muss nichts mehr drücken, dann. Hä, hä, hä. Hä, hä, okay. Okay, retry, retry. Hä, 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 hä. Ging aber schnell. Äh, das ist wieder so ein Ding wie der Knopf oder das eine Teil, das nicht überhitzen darf. Ja, von dem Überhitzen Teil hab ich zwei, das ist ja das Lustige. Vent Gas. No. Hä, 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 hä. Venting Prevents Explosions. Vent Gas, no. Wie soll ich denn das jetzt drücken? Haben wir auch was, äh, haben wir auch wir was zu tun? Ja, habt ihr. Aber ich muss das hier erstmal drücken. Oh Mann. Ich hab jetzt einfach Yes gedrückt. Renting Complete, okay. Ähm, wir haben einen, einen Ziffernblock wieder mal mit so B, G, X, B, N. Diese Dinge. Hä? Wo ganz viele hintereinander stehen. Buchstaben, die man, äh, Passwort, Passwort, Passwort. Sag halt das Ding. So, dann probier den, äh, was ist der erste Buchstabe, was steht drin? Ein B. Ein B. Haben wir ein E in der zweiten Dingens? Nein. Gut, nächster Buchstabe im ersten. Ein A. Äh, ja. B, F oder G in der zweiten Reihe? G, G haben wir da. Okay, ein A in der dritten. Moment. Ich muss gerade mal die Knöpfe hier wieder zurück machen müssen. Ach so. Ein A in der dritten. Ja. Nein. Dann den ersten Buchstaben. Ein F hatten wir noch. Ein F hatten wir noch. Ah, okay. T in der dritten. Ja. Ein E im vierten. Ja, hab's after, passt. Oh fuck, ist das knapp. Drei Sekunden. Oh. Ähm, wir haben einen Labyrinth. Okay. Die Kreise sind erste. Ähm, fünfte Position. Erste Reihe, fünfte Position. Und fünfte Reihe, dritte Position. Okay. Hab's. Das ist, äh, auf der rechten Seite, Mitte. Okay. Dann das Viereck ist erste Reihe, vierte Position. Und das Dreieck, sechste Reihe, sechste Position. Ah, nochmal. Das, das was ist wo? Viereck, also der Punkt ist, ähm, erste Reihe, vierte. Und das Dreieck, sechste Reihe, sechste. Also ganz unten im Eck. Okay. Rechts, rechts. Äh, rechts, rechts, ja. Ja. Runter, runter. Runter, runter. Links. Ja. Runter, runter. Ja. Rechts. Ja. Runter. Passt. Okay. Dann hätten wir zu guter Letzt noch Symbole TB, Q, H mit so einem M und ein Smiley. TB? Ja. Oh, ich hab schon gedrückt. Drück nochmal drauf auf deinen Buchstaben, vielleicht geht's aus. Nee, es, es explodiert. Ach, scheiße. Das war ein bestimmtes TB. Ich dachte, TB? So, drück. Achso. Mann! Das war so einfach eigentlich diesmal. Das war das letzte Feld, oder? Ja, ja, ja. Ach, Menno. So. Wir haben Kabel, die von 1B und so. Oh, ja. Oh, nochmal weiter. Muss ich suchen. Okay. Dann sag an. Erstes. 1B blau. 1B blau, Karten. Okay. 3C blau. 3C blau, Karten. Okay. 8B, äh, 6B rot. Entschuldigung. 6B rot, nicht Karten. Okay. Ähm. 7A rot. Äh, nicht Karten. Ja, Moment. Muss man eben hier auffüllen wieder. Ja, mach mal. Das ist schwer, wenn man das immer... So, ähm... Ähm... 8B blau. Äh, Karten. Und 9A blau. Äh, Karten. Okay, passt. 10A schwarz. Karten. Ja, Moment. Muss wieder auffüllen. Ja, füll mal. Oh, Mann, ey. Karten war das, ne? Ja. 11A rot. Karten. Und 12B schwarz. 12B schwarz, nicht Karten. Okay. Ähm, Symbole, umgedrehtes Fragezeichen, Q ausgefüllt, 6 und Smiley. Äh, äh, nochmal bitte. Ah, warte, ich hab's, ich hab's, sechs. Ja? U ausgefüllt. Ja? Fragezeichen, Smiley. Alles klar, dann haben wir Passwortfelder, es steht ein O da als erstes. Passwortfelder? Achso. Oh, sag halt nur Passwort. Ein O. Ja. Äh, hast du ein T in der zweiten? Moment, guck ich gleich. Man muss hier so viel auf einmal machen. Ja. Nein. Okay, nächster Buchstabe im ersten. Äh, ja, hau raus, was hast du im zweiten? L zum Beispiel, H, P, Y, Q, J. Alles nicht. Erster Buchstabe anders. Ähm, H. Ein H. Ein O im zweiten? Moment. Komm schon, mach kühl hier. Ein O im zweiten? Nein. Okay, erste Buchstabe anders. U. Ein U. Gibt's nicht. Weiter. Ähm. Ein M? Ein M? Ja. Gibt's nicht. Oh, das war knapp. Moment. Ah, ja, 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 ich muss mal eben das hier auffüllen. Ja, ja, aber ruhig. Wir haben 1,40 Zeit, das passt eigentlich. Ist das das letzte? Ja. Okay. Jetzt geht das Licht auch noch aus, Freunde. Könnt ihr doch nicht machen. Siehste doch. Ähm. Komm schon. Ein P. Ein P, ein P. Äh, äh, ein L in der zweiten Position? Äh, ja. Ein A in der dritten? Ja. Ein C in der vierten? Ja. Ein E im letzten? Passt, geschafft. Wirklich? Ja. Boah. Alter, Alter. Das war Kacke mit diesen Dingern, die man immer drücken muss, diese, die sonst zu warm wären. Ich hatte zwei Stück davon. Vor allem uns geht dann immer die Zeit aus, wenn du da wieder am Knopf ziehen musst. Ja, ich, ich musste. Ich hatte einmal auf der einen Stand schon 0 Sekunden. Ich musste. Ich dachte so, Kacke, 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 explodier nicht, explodier nicht. Aber alles gut gegangen. Und, äh. Alter. Wenn's am schönsten ist, soll man die Folge auch beenden, hab ich mal gehört. Mhm. Deswegen, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo und über eure Kommentare freuen wir uns auch immer. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.